Heute erleben wir die Wiederherstellung des Leiterwagens. Von und mit an der Winde Andreas Goreski starte er die Engine. Niemals! Niemals! Der Haken! Der Wagener! Ja, mit Rädern kennt ihr mich auch seit meiner Lehre. So, ich habe das erste Teil. Ich habe das noch mal hier. Bis zum nächsten Mal.